Jooo was geht leute das mal wieder blight night part nummer 8 vom batman arkham origins multiplayer let's play und wir sind auf der map wonder city roboterfabrik und spielen yes batman oder robin sehr geil hoffentlich endlich mal batman weil batman hatte ich ja noch gar nicht beziehungsweise ich hatte ihn einmal als ich gerade nicht aufgenommen habe als ich mal ein paar runden gespielt habe ohne aufzunehmen da hatte ich ihn das erste mal aber sonst immer nur robin wenn ich überhaupt mal ein held war also von der statistik her habe ich meistens bane gang gehabt ein paar mal joker gang und ein paar mal batman beziehungsweise eben robin und jetzt gucken wir mal wer wir sind aber mit robin bin ich auch zufrieden ja passt hauptsache held hier geht schon mal krass die post ab was na komm lauf zack und hab ihn sehr geil das wollte ich so oh weg 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 okay hier ist noch keiner dann bringe ich doch gleich mal den stör sender an und zack den nächsten wieder erwischt läuft bei mir egal ich habe auch einen erlegt scheiß drauf scheiß drauf ich habe einen erwischt aber als batman und robin darf man sich ja nicht so oft töten lassen dann fällt man immer voll zurück muss aufpassen come on my friend come on here ja ist immer gut wenn einer alleine rumläuft na komm was macht denn der ja dann gebe ich ihm halt auf etwas andere art und weise kein problem so jetzt läuft's doch abladepunkt der sprengladungen abgemacht komm noch ein bisschen hierher dann habe ich dich jetzt ballern sie sich da mit denen weg komm schon ballert euch hier gegenseitig nieder ist kein problem weil dann kann ich kommen und nehmen mir eine nach dem anderen von euch genau so nämlich zack und wieder einer weg hätte ich gesagt ich habe das gefährlichste mitglied jeder gang für sie markiert zack wieder einen weg geholt sehr gut was die wollen bang ich habe nichts geblickt man das hasse ich halt dass das schlagen so langsam ist man wenn die jetzt bei ihnen haben dann gewinnen die wieder ey gegen bay gegen bay haben wir keine chance im nahe kampf man batman hau sie weg haben sie ihn ja ich habe den joker geil okay auch nicht schlecht null problemo joker nämlich auch die gang des jokers wird stärker unterschätzen sie sie nicht kommt schon baller die weg dann hole ich mir den joker geil jetzt sind aber gerade alle drei hier das ist zu risky man geht aufs ganze war hochrangiges ziel identifiziert schalten sie sie aus und jagen sie ihren gangs angstein na komm was macht der da endlich eine herausforderung oh mein gott hilfe granaten sind unterwegs schangen sie sie ab bevor es die schläger tun da ist einer ich weiß noch nicht welchen ich mir zuerst hole da hinten ist einer was macht der denn hilfe na toll ey ihr dreckigen das gibt es doch nicht ach scheiße ach der hat eine falle gerade geplantet nicht schlecht klug mein junge klug aber noch bin ich hier jetzt mache ich hier erstmal wieder den neutralisierer ran so den hole ich mir jetzt noch zack und geile scheiße gewonnen würde ich sagen gut gemacht ich will mir gar nicht vorstellen was diese mechanischen soldaten in den händen bains oder des jokers angestellt hätten läuft doch passt doch die runde war doch mal cool oder was sagt ihr mir hat's gefallen ich hoffe euch auch wir sehen uns beim nächsten part wieder ich war diesmal nicht ganz so unterhaltsam ich wusste jetzt auch nicht ob ich das hier aufnehmen ob das was ordentliches wird lobby best ist okay zwar keine 4000 punkte erreicht aber in ordnung ja ich bedanke mich fürs zugucken daumen hoch abonnieren das habe ich die letzte mal gar nicht gesagt und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao leute bis jetzt bis jetzt bis dann nicht Vielen Dank.